Wie soll ich glücklich werden, wenn ich bis an mein Lebensende nur dein blödes Gesicht sehe? Ich dachte, du magst mein Gesicht. Ja, und deswegen wollte ich gerne eine kleinere, süßere Ausgabe davon. Erstere wird mich mit einem Kind segnen. Der Heidenstein hat keine Zauberkraft. Warum streitet ihr? Weil mein Ehemann so mutig ist wie eine zittrige Haselmaus. Alles, was ich will, ist ein Kind. Ich bin nicht sicher, wie ich da behilflich sein kann. Es gibt einen Fels mit großen Kräften. Von einem Stein? Von der fruchtbaren Zau... Jede Frau, die zum Felsen gegangen ist, kam schwanger zurück. Es ist ein Wunder. Klingt nicht nach einem christlichen Glauben. Der Legende nach... Bring dich in Sicherheit. Ich kümmere mich darum. Vielleicht hat der dumme Kopf doch recht. Der Legende nach hat die Frühlingsgöttin Erstre dort einen Vogel in einen Hasen verwandelt. Und dann habe der Hase bunte Eier für ihr Fest gelegt. Diesem Ort wohnt ein Zauber inne. Vögel werden zu Hasen? Hasen legen Eier? Naja, wir Nordleute kennen komischere Sagas. Da wären wir. Vielleicht hatte der dumme Tropf doch recht. Die Wölfe sind furchteinflößend. Danke, du hast mich gerettet. Das ist der heilige Ort. Oh, große Eierstre. Schenke mir deinen Segen. Gib mir, was ich mir so innigst wünsche. Ein Kind. Eierstre wird deinen Wunsch erfüllen. Durch die Kraft des heiligen Rituals. Such dir beide nach göttlichem Beistand. Diese Frau ist hier um die Kräfte des Fruchtback. Sehr wohl. Niemand bleibt unbefriedigt. Wie lange es auch dauert. Und was ich auch geben soll. Ich werde es tun. Ich werde es tun.